So, und herzlich willkommen zurück zu Hartstone und heute oder jetzt werden wir in Hartstone beim Schwarzfels Klassenherausforderungen vom Kriegermahn. Äh, oh cool, Axtwerfer, richtig geil. Ja, ähm, was soll ich sagen, alle wichtigen Links in der Beschreibung, falls ihr die Playlist sehen wollt, mit allen Klassenherausforderungen oder mit dem normalen Modus oder was auch immer. Ach ja, das war das. Ach ja, das war das. Okay, okay. Grüße, Stein schläfst ich, Steinzeit. Kampffattlung registriert. Magma. Magma. Was doch bitte auf diese nervigen Kieselsteine auf. Oh. Okay. Da geht was. Da geht was. Ist nicht einfach. Er hat jedes Mal einen Ansatz, wenn ein Diener Schaden erleidet. Ja, ja, die brauche ich auch noch unbedingt. Wir könnten natürlich auch den, auch das. Zurück an die Arbeit. Puls. Und. Puls machen. Leicht. Nee, komm. Noch nicht. Ein Schaden. Da war Schock. Okay. So. So, auf jeden Fall. Den. Und einen weg. Explodiert. Ihr müsst noch einen Elementarlord verdienen. Brechen wir den Stein ins Rollen. Äh, okay. Okay. Hier ist mal. Ja. Wäre eine Maßnahme. Aber der ist, glaube ich, noch wichtiger gerade. Ich mache mal so und so. Einen mache ich weg. Ah, ich weiß, das ist nicht gut, aber. Das wären 4, 8, 12, 16. Wird schon knapp. Aber der müsste jetzt tot sein, denke ich mal. Wenn er die nicht killt. Ah, die pumpen sich jetzt so krass auf, ne. Oh, das ist doch gar kein Problem. Das ist doch gar kein Problem. Oh, ach, das Spötchen. Ja, ja. Verzögert sich das nochmal ein bisschen. Ah, okay. Aber das trotzdem, ne. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Wer juckt es in der Hand? Zeig mir ein bisschen Blut vergesst. Ich schlage zu. Ich schlage zu. Wisst ihr, ich schaue euch gerne bei der Arbeit zu. Was spielt er noch, ist die Frage. Was noch? Oha. Wenn er jetzt natürlich zweimal den trifft, dann wäre es nicht schön. Zweimal den 19er. Ah, tut er nicht. Tüten. Und auch mal Schaden ins Face. Nochmal Fratze, Junge. Nochmal Fratze. Nochmal Fratze. Ich schlage zu. Ich schlage zu. Boah, das Ding ist so krass einfach. Ich mein gut. Ja, Axtwerfer. Fügt dem feindlichen Helden jedes Mal zwei Schaden zu, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Coole Sache. Okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ging ja doch recht fix. Alles First Try bisher. Ich hoffe, so bleibt es. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.